Jawoll, Dieter. Hier, das ist Dieter mit seiner Mutter Monika. Flasche Wein, haben wir keinen. Schieß los, Dieter. Der Junge von Mexiko. Schieß los. Schieß los. Auf! Ah, ein bisschen Techno jetzt. und ich war 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 ... ... ... ... ... Jawoll, ich hör. Jawoll, Dieter. Dein Lohn! Uiuiui! So, ... ... ... ... ... Das hat er nicht geglaubt. Ok Dieter, das war's. Wir sehen uns das nächste Mal. Hier ist mit noch ein Sonnenschild mehr. Hier, warte! Warte, hier ist einfach schön. So, so, jetzt! Da ist ein schönes Schatten. Da ist noch so schön. Da geht er ab. Jija, du kannst doch nicht. Das ist ja gut, Guck. Guck mal, guck mal! Guck mal, guck mal! Guck mal! Dirk, du kannst doch nicht! nun er kann keine Fünfte Ruhung auch die Verletzungen wir haben schon gesagt das war die Karriere das nächste Mal was wird mit einem dann kommen aber ein bisschen stattdringen sich selbst wenn man jetzt doch für mich ob die maßgebäude